Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einem neuen Video-Tutorial zur Bildbearbeitung mit Luminar 4. Heute wieder aus unserer Serie von unscheinbar zum Eyecatcher mit einem Bild aus Venedig. Ja, wir möchten heute ein Bild mit euch bearbeiten, was wir in Venedig gemacht haben und wir hatten sogar auch das Glück, dass wir zu einer ganz schönen Lichtsituation da waren, aber das kommt in unserem Bild nicht so wirklich gut rüber. Deshalb die Bearbeitung und anschließend noch ein Composing, weil wir noch zwei Bildelemente einfügen möchten. Also legen wir mal los. Ja, das ist das Bild, um das es heute geht. Fotografiert habe ich das Ganze von der Ponte dell'Academia mit Sicht hier auf die Basilica di Santa Maria della Salute und hier sieht man halt den Canale Grande. Wir arbeiten heute natürlich wieder aus einem Rohdatenbild. Man sieht das hier oben. Ich habe mich ganz bewusst gegen ein HDR entschieden, denn die Kontraste im Bild sind jetzt noch nicht so wahnsinnig hoch. Aber ich habe ganz bewusst trotzdem ein etwas dunkles Bild ausgewählt, denn ihr seht, dass hier ist schon die Beleuchtung im Kanal an. Das war mir natürlich auch wichtig und damit die nicht zu sehr ausfrisst, habe ich jetzt auch ein etwas dunkler belichtetes Bild ausgewählt. Man sieht das hier an der Tonwertkurve, dass wir vor allen Dingen in den dunklen Bereichen natürlich die meisten Tonwerte haben. Ich mache jetzt auch mal mein Clipping an und dann sieht man, aber in den Schatten läuft noch nichts zu. Also wir haben keine blauen Partien im Bild und bei den Lichtern fressen wirklich nur die absoluten Lichtpunkte etwas aus. Das ist also von der Belichtung her eigentlich so optimal, um es zu bearbeiten. Ja, dann erläutere ich einmal ganz kurz noch, worum es mir geht in dem Bild. Ihr seht das hier leider nur noch ansatzweise in diesem Rohdatenbild, dass wir auf diesen Häuserzeilen noch dieses rote Sonnenuntergangslicht haben. Und wir befinden uns aber kurz vor der blauen Stunde. Das heißt, der Himmel hat schon eine deutliche Blaufärbung. Und genau diese Kontraste möchte ich jetzt hier auch in dem Bild noch deutlich herausarbeiten. Der Eindruck, wenn man da stand, war auch viel stärker von diesem roten Licht im Kontrast zu dem doch schon deutlich blauen Himmel. Ihr wisst das, bei Rohdatenaufnahmen kommt das leider immer nicht mehr so zum Tragen, denn die Farben im Bild sind ja da immer sehr ungesättigt. Ja, und dann möchte ich ja in diesem Bild auch noch ein Composing machen. Das heißt, was mir hier fehlt im Vordergrund, das ist eine schöne Gondel, die halt typisch ist für Venedig. Die möchte ich gerne hier noch reinarbeiten. Und hier dieser Mond, der gefällt mir nicht so gut. Den möchte ich hier gerne wegnehmen und möchte dafür hier an dieser Stelle einen schöneren Mond reinarbeiten. Das machen wir dann aber ganz zum Schluss. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grundbearbeitung des Bildes. So, und da fange ich wie immer erstmal hier mit meinen Objektivkorrekturen an. Die öffne ich mir hier mal und da mache ich natürlich die automatische Verzerrungskorrektur an. Ich lasse auch eventuelle chromatische Aberrationen entfernen und klicke auch Randentfernen an, obwohl das ja ganz oft nicht so zum Tragen kommt. Mehr müssen wir bei dem Bild auch gar nicht einstellen, denn die Linien, die stehen alle sehr schön gerade und auch verschieben oder beschneiden möchte ich erstmal nicht. So, dann können wir die wieder schließen und können direkt auf unseren Toolbereich Wesentliches springen. Und da mache ich mir auch gleich mal das Helligkeitstool auf. Und da möchte ich vor allen Dingen die Farbtemperatur etwas stärker in den blauen Bereich ziehen und die Färbung etwas mehr zum Magenta hin. Dann habe ich jetzt ganz leicht diese Stimmung der blauen Stunde verstärkt und durch den Magenta-Regler aber hier noch diese rote Färbung beibehalten. Die Belichtung lasse ich erstmal so, aber den intelligenten Kontrast hebe ich noch ganz leicht an. Ich mache jetzt auch mal mein Clipping an mit der Taste J, damit ich das im Blick behalte und den regele ich ruhig mal so auf ca. 10 ein. Dann reduziere ich aber die Lichter nochmal etwas. Da reichen mir aber auch so minus 20, denn selbst wenn ich minus 100 einregle, werden die ausfressenden Bereiche in den Lampen nicht besser. Aber das Bild wird insgesamt dunkler, deswegen lasse ich das mal so auf minus 20 stehen. Und die Schatten, die regele ich noch ganz leicht hoch auf plus 10. So gefällt mir das als Ausgangsbild erstmal ganz gut. Ich gucke jetzt hier in den erweiterten Einstellungen noch ganz kurz mal nach meinen Schwarztönen, aber die müsste ich sehr stark reinregeln, damit ich erste Schwarztöne bekomme. Deswegen lasse ich sowohl die Weißtöne als auch die Schwarztöne erstmal außen vor. So, dann habe ich diese Grundeinstellungen an meinem Rohdatenbild erstmal vorgenommen. Jetzt möchte ich eigentlich erstmal den Mond wegstempeln, damit ich das Ausgangsbild erstmal so fertig habe zur weiteren Bearbeitung. Dazu gehe ich hier in meinen Werkzeugbereich und rufe mir das Werkzeug klonen und stempeln auf. Ja, und dann vergrößere ich mir mit gedrückter Command und Plus-Taste, bei Windows ist es Steuerung und Plus-Taste, das Bild raus und dann mit gehaltener Leertaste kann ich mir dann den Mond ins Bild ziehen. Mein Werkzeug ist hier noch ganz gut eingestellt mit Größe 80, Weichheit 100% und einer Deckkraft von ca. 50%, weil ich vorhin schon mal damit gearbeitet habe. Und dann wähle ich einen Bereich hier in der Nähe dieses Mondes aus, der intakt ist, zum Beispiel hier. Und dann stempel ich hier den Mond sukzessive weg mit verminderter Deckkraft. So, so ist er spurlos verschwunden. Jetzt sehe ich hier oben noch einen kleinen Sensorfleck. Da suche ich mir eine neue Quelle und zwar genau hier mit gedrückter Alt-Taste. Und dann klicke ich da einmal hin und dann kann ich auch den sehr schön wegstempeln. Das Ganze bestätige ich jetzt mit fertig und dann ist der Mond spurlos verschwunden in meinem Bild. So, und dann kann ich auch mal das Clipping ausschalten und jetzt kann ich meine Bearbeitung weiter fortsetzen. Ich gehe wieder auf mein Tool-Bereich Wesentliches und da rufe ich mir gleich mal den AI Enhancer auf. Und da möchte ich das Tool AI Accent auch deutlich reinregeln, so mit ca. 70 bis 80. Ich lasse das mal so auf 75 stehen. Und da sieht man auch sehr schön, was der macht. Der dunkelt meinen Himmel ab, der hält meinen Vordergrund deutlich auf und haucht dem gesamten Bild etwas mehr Brillanz und Farbigkeit ein. Also, der erledigt ganz viel Arbeit in meinem Bild, die ich mir sonst mit mehreren Tools wahrscheinlich hart erarbeiten müsste. So, den AI Sky Enhancer, den regele ich auch noch etwas rein, aber nicht so doll, so mit ca. 20. Und jetzt ist mein Himmel schon etwas stärker in diese blaue Stundenstimmung gekommen und hat jetzt etwa die gleiche Helligkeit wie mein Wasser hier im Vordergrund. So, als nächstes mache ich mit dem Tool AI Structure direkt weiter. Dazu vergrößere ich mir aber hier mal mein Bild so ein bisschen raus, denn ich muss bei der Aufnahme etwas aufpassen. Ich habe das mit einer erhöhten ISO-Einstellung gemacht und man sieht hier auch so ein ganz leichtes Rauschen im Himmel. Also, da müssen wir auf alle Fälle noch mit dem Bildrauschen entfernen Tool nachher etwas gegenarbeiten. Aber jetzt kann ich hier erstmal mein AI Structure Tool mit ca. 50 reinregeln und dann mache ich direkt mit dem Detail-Verbesserer hier weiter. Und da muss ich jetzt natürlich sehr doll aufpassen mit diesem ganz leichten Rauschen, aber meine kleinen Details, die werde ich nur so mit ca. 10 reinregeln. Die mittleren Details kann ich etwas stärker reinregeln und die großen Details am stärksten, denn das wirkt sich dann auf das Rauschen im Bild überhaupt nicht mehr aus. So, und dann muss ich das Ganze natürlich noch etwas schärfen und jetzt sieht man auch, dass durch die Schärfung das Rauschen verstärkt wird. Deswegen bin ich jetzt hier etwas vorsichtig mit ca. 50 und dann muss ich in den erweiterten Einstellungen auf alle Fälle Schärfen, Maskieren erhöhen, damit die Flächen von der Schärfung etwas ausgenommen werden. So, jetzt sieht man hier, jetzt ist das Rauschen wieder ungefähr so wie vor der Anwendung meines Detail-Verbesserers. Den Schärferadius, den kann ich allerdings noch etwas runterfahren. Detailschutz und Detailmaskierung lasse ich so eingestellt. So, ich mache das Tool mal an-aus und dann sieht man, dass ich den Detail-Verbesserer auf alle Fälle brauche in meiner Aufnahme, aber ich werde ihn jetzt maskieren und nur auf die Häuser anwenden lassen. Das mache ich mit dem Pinselwerkzeug und dann drücke ich Command 0, damit ich wieder mein gesamtes Bild sehe. Ja, und dann stelle ich mir das Pinselwerkzeug natürlich hier noch ein. Die Größe, so mit 100, ist fast okay. Ich vergrößere es mal etwas. Ich muss hier auch nicht so besonders genau arbeiten. Ich kann hier relativ grob zu Werke gehen. Weichheit mit 100% ist okay und die Deckkraft mit 100% natürlich auch. So, und dann kann ich anfangen, hier diesen Filter in mein Bild reinzumalen. Ich mache mir hier auch mal das Auge an, damit ich sehe, wo ich schon war. So, und hier in diesen Bereichen reicht das schon völlig. Und dann mache ich hier drüben noch weiter und eine viel genauere Maske brauche ich überhaupt nicht. So, dann kann ich Maske bearbeiten wieder ausschalten und dann zoome ich hier noch mal in mein Bild rein und dann sieht man, wenn ich das Tool jetzt an- und ausschalte, dass sich das eben wirklich nur auf meine Häuserzeilen auswirkt und nicht auf meinen Himmel und natürlich auch nicht auf meine Wasserfläche. Das war mir wichtig. Nichtsdestotrotz wechseln wir jetzt gleich in das Tool Bildrauschen entfernen und jetzt vergrößere ich mir hier noch mal meinen Himmel raus und jetzt sieht man hier dieses ganz leichte Rauschen. Das sollte aber mit dem Regler-Luminanz-Entrauschen so bei ca. 60 eigentlich komplett weg sein. Jawohl, und das ist es auch. So sieht das Bild wunderbar aus. Dann kann ich das auch wieder rauszoomen und kann mit meiner Bearbeitung weitermachen. Ja, als nächstes möchte ich auch schon in den Bereich Professional wechseln, um mein Bild immer weiter in die Richtung zu bekommen, wo ich es hinhaben möchte. Und da werde ich das Tool anpassbarer Verlauf aufrufen. Dann stelle ich natürlich als erstes meine Ausrichtung ein und die möchte ich gerne so etwas höher ansehen, vor allen Dingen deutlich weicher, aber eben auch nicht ganz in der Mitte des Bildes, sondern ganz leicht erhöht, in etwa da. Und dann fange ich auch direkt mit oben an. Ausrichtung einstellen kann ich ausmachen. Und da möchte ich gerne die Belichtung noch etwas runter regeln, so auf ca. minus 17 lasse ich das mal stehen. Den Kontrast lasse ich so eingestellt, Schattenlichter auch, aber die Farbtemperatur möchte ich noch ganz leicht in den kalten Bereich regeln, somit ca. minus 15. So, dann wechsle ich nach unten. Dort möchte ich die Belichtung ganz leicht anheben, somit ca. 12. Jetzt ein bisschen aufpassen, das Bild soll auch nicht zu hell werden. Die Kontraste hebe ich auch noch ganz leicht an, somit plus 5. Und Schattenlichter lasse ich auch außen vor, aber hier regle ich die Farbtemperatur. Im Gegensatz zu oben etwas in den warmen Bereich. Somit ca. 15. Jawohl, so gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. Ich mache einmal das Auge an, aus, dass wir hier mal unser Ursprungsbild sehen und das Bild, wie wir das jetzt schon bearbeitet haben. Es kommt immer mehr in die Richtung, wie ich das Bild eigentlich auch wahrgenommen habe beim Fotografieren. Ich möchte das aber noch verstärken und dazu gehe ich auf das Tool Teiltonung. Hier habe ich ja die Möglichkeit, Lichter und Schatten getrennt voneinander zu regeln und ich fange mal direkt an mit den Lichtern. Ich fahre die Sättigung etwas hoch, so auf ca. 40 und dann stelle ich den für mich richtigen Farbton ein. Und jetzt sieht man das. Jetzt entsteht so dieses rote Leuchten, was ich noch so mit diesem letzten Abendrot wahrgenommen habe da. Ja, jawohl, und ich lasse den Regler mal so auf ca. 25 stehen. Das gefällt mir sehr gut. Und dann mache ich mit den Schatten weiter und regle hier meine Sättigung auch auf ca. 40 hoch und den Farbton aber in den Blaubereich. Also so, ja, bei ca. 220 gefällt mir das ganz gut. So möchte ich das aber nicht lassen. Jetzt komme ich zu der Balancewippe und dann sieht man, das ist so der Schlüssel, um das anwenden zu können. Die regle ich so auf ca. 40 ein. Und jetzt kann ich noch mal mit dem Stärkeregler etwas spielen und die Stärke auch so einregeln, dass sie mir gefällt. Und den regle ich auch noch etwas hoch auf ca. 60. Ja, und jetzt kommt doch diese Stimmung, wie ich sie da erlebt habe vor Ort, schon sehr schön rüber. Ja, das gefällt mir von der Tonalität schon sehr gut. Ich komme jetzt aber wieder auf den Toolbereich Wesentliches und da möchte ich noch meine Vignette anwenden. Und hier mache ich mir gleich die erweiterten Einstellungen auf und dann kann ich die Stärke schon mal so mit 40 bis 50 reinregeln. Die weiche Kante regele ich allerdings erst mal ganz raus. Dann sehe ich ein bisschen besser, wie die Vignette wirkt. Und die Größe, die regele ich hier auch mal ruhig relativ klein rein mit ca. 20. Die Rundheit kann ich so lassen. Dann kann ich die weiche Kante auch wieder etwas reinfahren, so mit ca. 50 und die innere Helligkeit anmachen. Die möchte ich aber nicht übertreiben. Die lasse ich mal so auf ca. 20 stehen. Und auch hier die Stärke regele ich noch mal etwas runter. Jawohl. So finde ich das aber sehr schön. Ich mache die Vignette einmal an-aus und dann sieht man hoffentlich, dass die Gewichtung im Bild eine andere wird. Und auch diese Dreidimensionalität, die ja schon durch die Fluchtlinien meiner Häuserzeilen den Betrachter nach hinten ins Bild führt. Der Kanale Grande unterstützt das natürlich noch mal. Und jetzt habe ich das mit meiner Vignette auch noch mal unterstützt, indem ich hier so eine leichte Helligkeit ins Bild reingearbeitet habe und es zu den Rändern hin etwas dunkler wird. So, das Bild gefällt mir so als Ausgangsbild sehr gut. Ich finde die Farbigkeit stimmig, die Lichtsituation finde ich in dem Bild wieder, so wie ich sie beim Fotografieren wahrgenommen habe. Das finde ich sehr schön. Jetzt möchte ich aber übergehen zum Composing. Das heißt, ich möchte hier noch eine Gondel ins Bild reinarbeiten und eben meinen neuen Mond. Dazu gehe ich auf mein Ebenenmenü hier oben, rufe mir eine neue Bildebene auf. Ich hole mal das Fenster hier rüber und da habe ich das auch schon, das Bild mit der Gondel. Ihr seht das, das war eine ganz andere Lichtsituation. Das war auch tatsächlich an einem anderen Tag, als ich das Bild fotografiert habe, weil an dem Abend, wo ich das Ursprungsbild fotografiert habe, da fuhren leider keine Gondeln mehr. So, und vom Seitenverhältnis, das ist mit der gleichen Kamera fotografiert, ist es natürlich genauso von der Bildgröße eben auch. Deswegen brauche ich das Bild hier nicht anpassen, was Höhe und Breite anbelangt. Aber ich möchte gerne die Deckkraft dieser Ebene so auf ca. 50% runterregeln, damit ich die Gondel genau positionieren kann. So, und das mache ich mit dem Button Ebene umwandeln. Dann kann ich die Gondel dahin schieben, wo ich sie gerne in meinem Bild sehen möchte. Und das wäre hier so in etwa der Fall. Ich muss das Ganze auch noch etwas kleiner machen. Dazu ist es wichtig, dass ihr hier das Schloss schließt, damit sich das Verhältnis nicht ändert. So, und dann seht ihr das. Ich kann mich hier an der Häuserzeile orientieren, dass das ungefähr die gleiche Größe hat. Jedoch möchte ich die Gondel etwas weiter vorne im Bild hier platzieren. Deswegen lasse ich es ein wenig größer. Aber so sollte das von der Größe her eigentlich ganz gut hinhauen. So, dann bestätige ich das mal mit Fertig. So, und dann kann ich die Deckkraft meiner neuen Ebene wieder auf 100% hochregeln. Dann rufe ich mir mit dem Button Maske bearbeiten mein Pinselwerkzeug auf. Ja, und dann vergrößere ich mir als erstes mal diesen Bereich natürlich hier deutlich raus mit der Gondel. Hierzu mache ich dann das Auge auch aus. Malen ist schon mal richtig. Größe ist natürlich viel zu groß. Da reicht mir eine Größe von ca. 60 etwa. Die Weichheit fahre ich auch ganz bisschen runter, so auf ca. 70 bis 75. Und die Deckkraft reduziere ich auch ganz leicht auf ca. 75%. So, und dann kann ich anfangen, die Gondel hier reinzumalen in mein Bild. Ihr seht jetzt natürlich auch schon, dass die Farbigkeit und so noch nicht hundertprozentig stimmt. Das müssen wir uns dann gleich noch entsprechend anpassen. Aber ich brauche hier auf alle Fälle auch noch den Schatten der Gondel, beziehungsweise die Spiegelung im Wasser. Und natürlich hier den Gondoliere ganz mit seiner Stange. So, aber so habe ich jetzt die Gondel hier ganz reingearbeitet. Dann wechsle ich auf meinen Tool-Bereich Wesentliches, auf mein Tool Helligkeit. Und da muss ich vor allen Dingen die Schatten etwas aufhellen, weil das vom Licht her noch nicht so richtig stimmt. Auch die Belichtung werde ich etwas anheben. Ja, und das macht bitte ganz vorsichtig. Aber so mit ca. einem halben Lichtwert passt das Ganze gut. Und auch was die Schattenaufhellung anbelangt, sieht das sehr gut aus. Ich wechsle hier noch einmal auf mein Ebenenmenü und mache mir nochmal meine Maske an. Und zwar wieder das Pinselwerkzeug. Da gehe ich jetzt aber auf Radieren. Die Größe, die reduziere ich deutlich auf ca. 35 und die Weichheit reduziere ich auch nochmal so auf ca. 35 und dann radiere ich hier diese schwarzen Wellen aus dem Bild, wo die Gondel herstammt, noch etwas raus. So, aber so sieht das sehr gut aus. Und auch hier möchte ich diesen Schein, diese Spiegelung im Wasser noch ganz an meine Gondel ranarbeiten. Jawohl, und so sieht auch das sehr gut aus. So, dann kann ich das Ganze mit Fertig bestätigen und dann schaue ich mir mein Bild jetzt auch nochmal in Gänze an, ob der da gut positioniert ist. Aber ich denke mal, das sollte der Fall sein. Jawohl, das sieht sehr schön aus so. Jetzt hat mein Venedigbild einen ganz wichtigen Teil dazu bekommen, der für mich so ein bisschen Venedig ausmacht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der schönere Mond, den ich hier reinarbeiten möchte, um mein Venedigbild perfekt zu haben. Dazu gehe ich hier wieder auf mein Ebenenmenü und sage eine neue Bildebene einfügen. Und ich ziehe auch das mal wieder hier rüber, das Fenster. Und das ist genau dieser Mond hier, den ich da rein haben möchte. Ich öffne mir auch diese neue Bildebene einmal. So, und da dieser Mond in einem anderen Seitenverhältnis fotografiert ist, muss ich hier auf den Button mit den drei Punkten gehen und muss sagen, Bildzuordnung bitte anpassen. Dann seht ihr, ist der Mond auch wieder richtig schön rund. Und dann sage ich auch hier Ebene umwandeln, damit ich meinen Mond entsprechend skalieren kann. Wie gesagt, auch hier wieder wichtig, dass das Schloss zu ist. Und dann kann ich den Mond auf die Größe skalieren, wie ich ihn brauche. Der sollte kaum größer sein als mein alter Mond. Also sehr, sehr klein nur im Bild zu sehen sein. In etwa so. Und ich wollte ihn ja ganz gerne hier an dieser Stelle haben. Hier so etwas über der Basilika. So in etwa in der Drittelteilung des Bildes. So finde ich sitzt der ganz schön hier im Bild. Dann kann ich das bestätigen mit fertig. Und da mein Mond auf einem sehr dunklen Hintergrund sitzt, kann ich mir die Einarbeitung in mein Grundbild sehr einfach machen. Ich brauche hier tatsächlich nur auf den Mischmodus gehen und stelle ihn von normal auf aufhellen. So und dann seht ihr schon, dass der Mond sich hier wunderbar in dieses Bild einarbeitet. Ich vergrößere ihn hier mal raus. Jawohl. Und ja, damit ist jetzt mein Venedig-Bild auch fertig. Ich klicke einmal auf die Tab-Taste, damit ich das Bild groß sehe. Und dann mache ich das Auge natürlich einmal an-aus. So und dann sieht man, wie aus einem, ja doch etwas unscheinbar daherkommenden Bild, wo die Ortsgesetzmäßigkeiten natürlich so sind, wie man sie für gewöhnlich kennt. Also unten ist das Bild sehr dunkel, oben ist es im Vergleich sehr hell. Und insgesamt besitzt es wenig Leuchtkraft und Farbe. Haben wir einen wunderbaren Eyecatcher, wie ich finde, geschaffen. Ein sehr schön leuchtendes Venedig-Bild mit einer für Venedig sehr typischen und für mich auch so ein Stück weit Venedig ausmachenden Gondel hier auf dem Kanale Grande und einem sehr schön romantischen Mond, da mir ja der alte Mond nicht so gut gefallen hat und auch durch die ganz leichte Langzeitbelichtung etwas verzerrt war. Ja, ich hoffe, dass auch euch das Bild gefällt. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Like von euch. Wer Luminar 4 mal ausprobieren möchte, der findet unten in unserer Videobeschreibung einen entsprechenden Link. Das ist ein sogenannter Affiliate-Link. Dadurch habt ihr keine Nachteile, unterstützt uns aber etwas in unserer Arbeit. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch Luminar 4 zulegen zu wollen, dann findet ihr unten in unserer Videobeschreibung auch einen Gutschein-Code, Rene Ledrado. Mit dem bekommt ihr Luminar 4 10 Euro günstiger. Dann abonniert gerne auch unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch bald wieder. Bis dahin, euer Rene. Bis dahin, euer Rene.